hallo hallo hier ist mal für 1972 von mfg heute unterwegs im e 25 auf hafenburg und ich habe euch schon mal gezeigt was man da machen kann absolut low tier für ein fight hier zwei sieben das ist das ideale matchmaking wie es laufen kann mein team absolut passiv fährt nicht und ich schreibe sie sollen links fahren bitte bitte fahrt links wir haben zwei mediums fahrt bitte links auf dieser karte fährt man immer nach links ich fahre die spezial posi eigentlich könnte man das jetzt nicht machen können weil unser team so passiv ist aber ich denke mir wenn das eine team so passiv ist das ist das andere auch schauen wir mal ja schlaftabletten mal zwei das sorgt immer für gute gefechte ja und natürlich haben wir hinten drin schöner querschläger und ich denke jetzt wird es gleich richtig heftig nimm mal was was durchgeht und dann war es das okay die gefahr da drüben ist erstmal gebannt objekt 252 brauchen wir natürlich gar nicht mit normaler munition ankommen schön hat er mir die kette hingehalten ist ja klar aber jetzt geht's satt rein da weiß nicht wer die dpm macht immer satt rein da ich war ein bisschen vor um ein bisschen besseren winkel zu haben wenn der vorfährt läuft da wird es auch hart wissen er hat eigentlich begriffen wer die dpm hat von den jungs aber mache ich der schuss ging drüber wahrscheinlich aber nun gut ihr seht wie op diese position ist bisschen aufpassen es wird zeit für flanken manöver alpha 1 da ist ein full hp smasher hat gerade geschossen und jetzt zeige ich euch was sonst menschen wert ist ja so läuft das mit so einem smasher jetzt steht er da mit seiner kanone und widelt in der luft das ding kann man einfach in der pfeife rauchen nun gut haben wir mal so einen kleinen smasher kurz durchgesnackt das ist der e25 so sieht es insgesamt aus mit dem neuen tollen bildschirm und hier noch mal hier kreditpunkte 56.000 werden natürlich munition rausgerotzt wie nur irgendwas hier noch mal effizienz das war es eine lange liste auch also abo da lassen tschüss